So, hallo an alle zur nächsten Runde Supercraft Brothers. Ich hab jetzt mal den Wither gewählt und wir battlen uns jetzt hier mal wieder eiskalt durch. Also die Runden laufen mich immer ganz gut, so wie ich das sehe. Ja, für dich natürlich. Was, Splash Potion of Decay hab ich? Okay. Was sind denn Splash Potions of Decay? Enderman, wolltest du mir hoch teleportieren, hat sich geschafft. Haha, der ist vorne ange... gegen die Maul gegossen. So, den ersten hab ich runtergeschmissen. Und das, obwohl er mich verbrannt hat, dieser Place. So. Ja, Wither ist gar nicht mal so schlecht, habt ihr ihn gekillt? Steht sogar unten im Chat drin. Ja, steht. Killed by Wither, Spacko Phoenix. Hörst du eigentlich nicht die Straße von mir, also bei mir? Was, die Straße? Ja, ich hab das Fenster offen. Nein, ich hör keine Straße. Voll geil. Ich hör die Strafe von den Gegnern, wenn sie sterben. Ja. Ach, brauchst du Hilfe, ich komm zu dir. Hey, ach, ich hab keine Pfeile mehr. Sind die begrenzt? Nein, sind sie nicht. Infinity. Leute, du hast ihn gekillt, er hat dich gekillt. Scheiße, ich hab auf dich geschossen. Ich war grad voll... Ah, zum Glück nicht getroffen. Hi. Nein, nein, lauf nicht rein. Alter. Ich wäre sonst tot gewesen. Hey, Sparky, du brauchst Hilfe, oder? Ja, okay, warte, ich geh da rauf. Ich mach den jetzt fertig. Das geht ja mal gar nicht, ey. Greif da einfach meinen Spark an. Oh, verdammt, ich bin so nah am Mikro dran. Ich war die ganze Zeit immer so leise. Jetzt darf ich nicht mehr so nah rangehen, sonst bin ich zu laut und übersteuere. Ähm, ich hab vorhin da mal geguckt, auf einmal war da hier irgendwie... Nein. Oh, verdammt, ich brenne, ich brenne. Nein. Oh, aus der Map. Nein. Bist du raus? Du bist aus der Map gesprungen, nicht wahr? Ja, nee, ist im Grunde voll komisch. Wenn ich grad an Feuer bin, kann ich irgendwie nicht mehr schießen. Ich versteh's nicht. Jawohl. Den Nächsten aus der Map gebashed. So, ich hab da einen gekriegt. Ja, der ist runtergefallen. Bam, Enderman. Wie du sie fertig machst mit deinem Pfeilen. Hä? Wie du sie fertig machst mit deinem Pfeilen. Ja, wir sind halt so ein bisschen langsam. Ich muss... Da brauchst du halt ein bisschen Zeit. Das ist nicht ganz so einfach meistens. Ich muss halt immer ein bisschen üben. Komm schon, schmeiß ihn runter. Ja, 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 komm. Jawohl, Lyska-Style. Nein. Der hat mich grad... Zum dritten Mal denselben Mann runtergeschmissen. Cool, ne? Der Enderman wirft mich die ganze Zeit runter. Aha. Boah, ich rette mich jedes Mal übelst. Oder springst du halt selbst nach draußen, ne? Kann ja auch passieren. Was ich mich frage? Wie bin ich vorhin da raufgekommen? Ach, da vorne ist wer? Ja, warte, ich helfe dir mal ganz kurz. Ich bin hinter dir. Achtung. Ich check's nicht. Ich kann draufschießen, aber das Ding trifft kaum. Der ist schon tot, oder? Ja, ich kann den gar nicht mal punchen. Der ist schon längst weg. Ja, dann ist er längst weg. Keine Ahnung. Sind wir die letzten zwei? Moment, ich schau mal nach. Ne, da ist noch ein Spieler drin. Player 4 mit allen Levels. Ey, das sind noch zwei. LOL. Bist du schon mal gestorben bis jetzt? Ich weiß es gar nicht. Sieht nicht so aus. Also bist du Player 3 oder was? Ah. Ja. Ja, okay. Du hast einen Zombie gespawnt, der mich attackieren soll, aber dich attackiert. Ja, wie immer. Okay, ich würde sagen... Alter! Ich sag so, ich würde sagen und du greifst schon an. Okay. Lass das Battle beginnen, würde ich sagen. Okay. Alter, du hast... Alter, geh weg! Ich hab mich mal getroffen, ich muss jetzt noch abwarten, bis du stirbst. Aber zuerst fällst du runter. Nein. Alter, fall runter! Nein! Verdammt. Ich muss... Nein! Alter, raus! Ich leb noch. Ich leb noch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie geil ist das denn, ey? Geh weg. Geh weg von mir. Ach, du bist... Du bist Enderman. Alter! Das war geil, Alter. Der war... Der war hart. War bist du eigentlich schon wieder Enderman? Sag mir das mal. Ja, mit Endermans kann ich umgehen. Teilweise zumindest. Nein, 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 nein. Das tust du nicht. Das tust du nicht. Geh weg. Doch, ich... Trafen, oder? Nein, hast du nicht. Jetzt hast du mir wirklich einen... Withered. Ähm... Na? Effekt gegeben? Das ist nicht wahr. Wo bist du? Ich seh dich nicht mehr. Lol, da bist du. Ja, klar! Alter, ich sterbe. Nein. Ich hoffe es mal. So ganz fies. Stirb! Ja, ich bin tot. Withered away. Das ist doch nicht wahr. Ja, ja. Äh, doch. Irgendwie schon. Träum weiter, Alter. Achtung, ich komm rauf. Haha, zuerst getroffen. Nein, nicht runterspringen! Nicht runterspringen! Pfff. Ich bin... Bist du überlebt? Ja. Bist du... Das geht so nicht. Alter. Wie steht es eigentlich mit der Playeranzahl? Äh, du hast noch drei Leben. Ich hab nur noch zwei. Du besiegst mich eh noch mit deinem wunderschönen Bogen. Mit deinem Pfeil. Mit meinen wunderschönen Skills, meinst du? Richtig. Weil ja... Der... Wither Skelet Shield zu deinen Skills dazu zählt. Sag mal, wo bist du eigentlich? Komm doch mal raus. Du hast sowieso mehr Leben als ich. Ich komm sicherlich nicht. Tschüss! Geh weg! Nein! Geh weg! Fall doch runter! Nicht, dass er runterfällt. Nein! Alter! Was... Was geht mit dir ab, ey? Was? Du fällst einfach nicht runter! Hast keine Lust zu sterben, oder was? Nein. Jetzt aber. Baa! Jetzt hab ich auch so eine... Die nach unten Jump-Attacke gemacht. Sonst wär ich ganz leicht da drüben drauf gefallen. Jawoll! Ein Leben noch. Oh yeah. Nein! Alter, ich lauf direkt rein. Das ist nicht wahr. Alter, ich konnte dich gerade nicht attackieren die ganze Zeit. Bist du tot? Nein! Jetzt aber. Danke, dass du mir den Schub gegeben hast. Kann ich mich abhauen? Du kannst mit Sicherheit nicht abhauen. Alter, das ist so... Ja, das ist der Klassenunterschied jetzt. Ich komm von oben. Ähm... Sicher? Ich bin im Wasser. Ich bugge im... Äh... Junge. Nein! Ich... Ich ertrinke! Was ist das für ein Bug? Nein! Was zu... Nein! Boah! Ich lebe! Ich lebe! Musste unbedingt sehen. Ich bin im Wasser gewesen. Ich bin... Das ist heftig. ...durchs Glas geportet worden. Nein! Ja, gewonnen! Jawoll! Winner-Runde! Habe ich nur noch ein Leben gehabt? Ja, ich seh's. Boah! Okay. So, nächste Runde gleich im Anschluss. Bis gleich. Nächste Runde in der nächsten Folge, nicht im Anschluss, oder? Ja doch, das ist die zweite Folge gerade. Echt? Ne, warte mal. Doch, ja, es ist ja die zweite. Das heißt, die nächste Folge gibt's in der nächsten... In der nächsten Runde gibt's in der nächsten Folge. Ne, in derselben. In derselben? Ne, das war doch schon die zweite. Ne, das war die erste. Das war die erste? Ja. Verdammt. Okay, gut, dann machen wir einen Cut. Dann kommen Sie die zweite. Und tschüss. Tschüss. So, hallo an alle. Zur nächsten Runde von Supercraft Bros ist jetzt der zweite Teil dran gankt. Und... Ah, ist wieder ein Jumpier-Fuck-Kackt. Äh, diesmal bin ich wieder Wither. Du bist wieder Enderman, ne? Richtig, ich bin wieder Enderman. Mal schauen, ob wir wieder so ein Final Fight haben. Ja, ich denke mal schon zu zweit, das haben wir gute Chancen, dass wenn man sich so konzentriert die anderen zuerst ausschaltet. Ja. Geht das eigentlich? Oh nein, das ist die Map. Oh Gott. Die kenne ich von Kev. Oh mein Gott. Ich bin so grandios schlecht in der Map. So, er ist unten. Ja, ich hab den... Ich hab den... Bist du das da oben? ...Lace da oben getroffen. Alter, wie kam der da rüber? Ist der da rauf gesprungen? Der ist drauf gespawnt. Achso. Ich glaub, den... Ich hab den schon zweimal getroffen. Warum steht denn der nicht so leicht? Alter, ich brenne. Ich, 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 ich schaff's nicht mehr. Nein. Nein, irgendwas. Der Creeper. Das ist noch ein Creeper. Scheiße. Jawohl. Ich hab mich mit einer Enderperle oben gehalten und hab den jetzt gekillt von da oben. Warte, den hol ich mir. Den lobe ich mir. Alter, nur noch drei Herzen. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Warte, ich muss ins Wasser. Aber schnell. Zack. Und. Lol. Da funktionieren die Teleportationen nicht. Hast du schon mitbekommen? Ich bin hinter dir. Also keine Angst, ne? Derjenige, der hinter dir ist, ist... Aua. Ab ins Wasser. Ab... Nein. Hab ich den Team gerade gekillt? Doch, ja. Ich hab ihn gekillt. Wurzert away. Ich bin beinahe gestorben gerade. An, an, an Feuer. Skelet-Pokeball. Nein, nicht auf mich. Boah, ich treff die aber gerade echt übelst gut, muss ich sagen. Ja, du bist wahrscheinlich der Wither-King hier. Ja, bin ich doch auch. Weißt du doch. Nein, lauf mich dazu. Ich hab dich getroffen. Fug. Zweimal. Ich hab gerade auf... Tot. Scheiße, ich dachte, ich könnte so eine Fünferrunde machen. Nee, das Problem ist ja, dass der Typ hier... Ich hab ja auf die drauf geschossen, dass die... Achtung, kann ich das? ...weil hier angekommen sind, da. Ja, kann ich jetzt kurz, oder was? Was willst du denn? Achso, auf die drauf, oder was? Ja, natürlich auf den drauf. So, ich hab den gerade zweimal getroffen. Ja, genau. Klaus, mir die Kills. Haha, ich hab dich schon zweimal geschlagen. Ich hab aber gekriegt, Withered Away. Das heißt, der Kill ging an mich. Ja. Nee, wie gesagt, ich konnte gar nicht angreifen. Der hat so viele Potions geworfen. Der eine ist schon raus, der andere nur noch... Du hast mich erwischt, verdammt. Ich bin im Wasser. Oh mein Gott. Weg mit dir! Puh. Alter, warte, den hau ich noch runter irgendwie. Den krieg ich runter. Bam, mitten ins Gesicht. Ich bin tot. WTF. Drei Leben hab ich noch. Ist der draußen jetzt ganz? Ja, der ist draußen. Oh, jetzt hab ich nur noch drei Leben. Du hast fünf, Alter. Ich hab noch fünf. Ja, das ist eine fünfe Runde, Junge. Ja, das geht aber nur, wenn ich dich jetzt killen kann. Du hast hier wieder einen Enderman-Vorteil. Es gibt keinen Vorteil hier. Geht's schon los? Natürlich geht's los. Du Scheiße. Lol, der springt da einfach über mich weg. Ich hab die Bombe auf dich geschmissen und ich hab mich getroffen. Jetzt hast du mich getroffen. Ja, nee, ich hab die Bombe geschmissen. Lol. Ich hab eine Bombe aufgesammelt. Okay, verstehe. Also im Normalfall ist man ja tot bei der Bombe. Ja, aber irgendwie hab ich dich nicht getroffen. Dass du mich jedes Mal auch erwischen musst, wenn du einen Pfeil schießt. Mann, wie viel hältst du denn aus? Jetzt bin ich tot. Ich dachte gerade schon. Ja, ja, träum. Weiter. Alter, der... Der schießt nur durch, ey. Geh weg. Alter, was war das gerade? Ja, das ist Dauerspamming. Ich hab da gesagt, einen Bogen kann ich ein bisschen gehen. Du machst keinen Fünfer. Du machst keinen Fünfer. Das ist mir doch mein Spaß. Nein, will ich gar nicht. Lass mich am Leben, Alter. Nein, nein, bitte leben. Was machst du da? Bist du hochgepackt? Leben, bitte leben. Nein, bitte nicht. Okay, Mann. So, ich bin tot. Wow, gewonnen. Fünferrunde. Scheiße. Fünferrunde. Okay. Junke. Ja, würde ich sagen, nächste Folge geht's weiter. Jo. Supercraft Brothers. Ich glaube, ich mach nochmal Wither. Das war gerade echt genial eigentlich. Wenn man das ein bisschen drauf hat, kann das echt ganz geil sein. Okay. Auf jeden Fall. Tschüss. Jo, tschüßen.